Hi. Ich habe Triedups gemacht. Interessiert eh niemanden. Let's do it again. Snakebite. Ich treffe nicht. 20 Kisten, 20 Keys, 20 Enttäuschungen. Heute bin ich mit der negativen Attitüde dran, denn ich werde davon ausgehen, dass heute alles scheiße laufen wird. Wir werden nur Blue Skins ziehen. Wir werden nur schlechte Conditions ziehen. Wir werden definitiv nicht das goldene Symbol heute ziehen. Es ist absolut 0% Wahrscheinlichkeit, dass wir heute Gloves ziehen. Deswegen ja. Also ihr dürft euch darauf gefasst machen, dass es eine grauen Folge wird. Es werden wahrscheinlich nur die M249. Ich da ist der Track Blue Skin. Mehr wird da leider nicht zu holen sein. Alles andere ist hinüber durch. Ich trauere. Guck. Genau. Das wird noch passieren. Wir werden gebaitet. Und zwar volle Möhre. So. Ich kann mir gut vorstellen, dass links ein Red Skin ist, rechts ein Red Skin ist, in der Mitte eine M249 im Blue Skin, die wir zu sehen werden. So wird es heute laufen. Also. Er erwartet nichts und bekommt auch gar nichts. Ja. Okay. Ja. So ist es. Oh. Zweimal Set Track. Das ist minimal wear. Also besser hätte es heute nicht laufen können. Krass. Habe ich doch Glück gehabt. Mhm. Ja, ja. Damn. Okay. Ist fast so gut wie Gloves. Auf jeden Fall. Hätte ich nicht erwartet. Krass wie viel Glück wir da haben. Absoluter Wahnsinn. Stinke Schnack Schnuck. Okay. Ich habe extra meinen geheimen Zauberspruch gerufen. Weswegen wir alle unser Glück noch mal fokussieren konnten. Sehr gut. Wir sind bei so um die 460 oder so glaube ich. So um die 450 so im Schnitt gerade. Mhm. Und jede Folge wird jetzt schlimmer. Die wir aufnehmen und sind keine GLAF-Szenen. Denn wir nähern uns der Horizon Case. Von Folge zur Folge. Ja. Das habe ich erwartet. 0,071. Krass. Fünf Stück noch. Aha. Da war ein Pingskin. Noch ein Pingskin. Kein Pingskin. Habe ich auch nicht erwartet. Wir haben schon all unser Glück bekommen diese Runde. Wir haben drei Purples. Was halt super sick lucky ist. Bekommt sonst nie jemand. Und alles über Purple existiert eigentlich auch gar nicht in der Case. Das ist für euch nicht aufgefallen. Das ist Fake. Ja. Game betrügt so. Game ist ein Scammer. Jetzt. Okay. Letzte Kiste. Das ist gerne eine Bewertung. Da würde mich sehr freuen. Und ja. Es war tatsächlich ein Trauerspiel. Kinder qual enact. MDR 2 Ajaajajajaja oder Ajaajajajajajaja Ajaajajajajajajajaj. Ja.